Willkommen meine Gnu-Jünger und Sumas-Jünger und es ist endlich soweit, Black Ops 3 Zombie, es hat funktioniert, wir spielen auf der Xbox One, wundert euch nicht, ich hab's für die Playstation 4 und die Xbox One und jetzt wird erstmal schön online gezockt, es hat lang gedauert, es hat endlich funktioniert. Aber das ist egal, das ist wunderbar. Hast du schon mal mit dem Monster gespielt? Ja, ich wusste nicht, was dann passiert ist, fand das so strange. Okay, also, dann fangen wir mal an. Ich zeig dir mal, ich werde jetzt zur Bestie nicht erschrecken. Bam, ich mach hier den Generator an, hol die Kiste, mach hier hinten den Generator an. So viel zum Thema Penisse. Hör mal zu, ich will dir was erklären. So, dann mach ich hier hinten eine Secret Door. Geh mal ganz nach hinten, wo ich jetzt bin, schau mal. Da öffnet sich gleich was. Aber nicht mal ein Hosenstall. So, schau mal hier. Schau mal hier, wuuuuh, da ist jetzt offen. So, jetzt hab ich die Tür hier vergessen, vor lauter rumreden. Der war gut. Okay, so, schau mal an. Ähm, hast du vielleicht schon den Schreiberling eingesteckt? Noch nicht, gell? Oh, nee. Nee. Komm mal mit, ich zeig dir das mal, dass du das auch mal weißt und lass. Sind wir hier oben sicher? Nee, 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 komm mal hierher. Und den Zombie lässt du mal bitte am Leben. Wo bist denn du? Ah, da ist er. Schau mal hier. Hab ich jetzt etwas archiviert. Das ist ein goldener Füller, den nehm ich jetzt mal. Und lass mal den Zombie am Leben. Jetzt hauen wir mal die Geister weg. Bam. Oh, was ist das? Hey, ich bin gestorben. Ja, weil da so ein Geist hier drin ist. Los, hilf mir. Ich lieg breitbeinig auf dem Boden. Oh, das muss ich ausnutzen. So, jetzt kommen wir mit. Nein, nicht umbringen! Nein! Die lag echt breitbeinig da. Kerle, ich weiß. Wundert euch übrigens nicht bei meiner Cam, wenn ihr mich so seitlich seht. Ich schau gerade im Fernsehen und ja, der ist leider weit weg. Und ich bin so eingemummelt, weil mir sehr kalt ist. Also wundert euch nicht. Sie hört aus wie eine Oma irgendwie. Macht ja nichts. So, also jetzt hören wir mal zu hier, wenn ich was sage. Sonst wird das hier ein bisschen chaotisch. Kannst du jetzt mal anrufen. Wow, hilf mir, ich lieg wieder breitbeinig auf dem Boden. Oh, Mann. Siehst du's? Ja, ich seh's. Guck mal. Sonst drehe ich mal aufs Spiel. Sag einmal. So. Warte, da lebt nur noch einer. Ich komme. Ja, warte. Ich erledige ihn. So, dann ist das vielleicht besser. So, dann haben wir die mal weg. Einen noch nebenlassen, gell? Lass mal den da hinten leben, genau. Oh, da ist noch einer. Hello, Mr. Jack. Ja, die haben mich alle überrascht, die Arschlöcher. Und jetzt kommen wir mit. Oh, hello, lady. Lass mal unter dein Röckchen gucken. Ich glaube, bei der möchte ich nicht unter das Röckchen gucken. Jetzt kommen wir mit. Brenn nicht so ist der erschrocken. Du warst ein Vollverrückt. Jetzt kommen wir mit, so. Schau mal, hier haben wir einen Ritualtisch. Ja. Da werden eigentlich immer die Frauen geoffert. Aber heute mal früher. Wollte mich da breitbeinig drauflegen. Nein. Oh mein Gott, sie aktiviert einfach. Was ist denn da los? Was machst du? Oh, scheiße. Sie ist überdreht voll. Das ist einer der schwersten Räume ever. Da musst du jetzt mal warten. Da musst du jetzt mal kurz chillen. Ich bin am Boden. Muss ich den da oben erschießen? Nein, nein. Den retten wir jetzt gerade. Oh, ich hab den abgeknallt. Das Ding ist halt, du musst den Raum, wie so schnell es geht machen. Und mit Zombies ist es halt noch ein bisschen difficult. But, another problem for Mr. Zumaas. Also ich bin am Boden, ne? Ja, ich seh es. Ich seh es. Du scheinst nicht gut zu gehen. Doch, doch. Das passt. Siehst du das? Ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin der Mann, Mann. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Nein. Das ist alles deine Schuld. Ich leb wieder. Oh, nee. Du lebst nicht. Wir haben verloren. Wir haben in der vierten Runde verloren. Da bist du. Oh, scheiße. Sie ist weg. Nee, passt. Nee, ich bin da. Nee, nee, nee. Die Atombombe ist weg. Du bist ja keine Atombombe. Doch. So, komm rein. Und immer im Kreis laufen. Und follow me. Wo bist du? Einfach im Kreis hier laufen. Und den Zombie nicht umbringen. Nicht umbringen. Die Geister ja, aber den Zombie nicht da oben hin. Ey. Du läufst auf die einzige Stelle, wo es keinen Ausweg gibt. Ja, super. Ich komm hier nicht raus. Warte mal. Ja, ja, warte. Ich muss das hier sowieso wieder. Komm mal runter. Lauf einfach. Ich bin hier sowieso ein bisschen am Arbeiten, solange du dich ausruhst. Und ich darf die nicht erschießen? Nein. Aber wir machen es doch super. Richtig super. Du machst es super. Wir. Wir sind ein Team. Und da lass sie, lass sie, lass sie am Leben. Hello. Okay, jetzt kannst du sie umbringen. Sie bringt mich um. Wenn du da zuschaust. Hast du das witzig? So was von. Den Wurm nehme ich jetzt mal. Komm mal mit. Wir springen jetzt hier Jurarimo-like runter. Nee. Also die Mystery Box. Ich finde, was ich jetzt schwierig finde, ich weiß nicht, ob es an der Entfernung zu meinem Fernseher liegt. Ich sehe dich ganz schwer, wenn du sagst, guck mal, hier bin ich. Ich kann dich da ganz schwer erkennen, wo du dann wirklich bist. Ja, das müsste vielleicht enden. Oh shit. I almost died. Oh my god. Oh shit. Where are they from? Oh shit. Schau mal, wie viel der zieht. Der zieht so viele. Und immer schön Headshots verteilen. Ja, die ist ja viel besser, als ich dachte, sagt die. Ja, das stimmt. So, das ist jetzt Johnny und sag wohl. Hehe, leb wohl. Okay. Wo sind denn jetzt noch welche? So, jetzt bist du da. Yay. Ah, where are you, girl? So, nimm dir mal hier eine Boxwaffe. Komm, hol dir mal eine Waffe. Richtig gescheit. Und dann, ganz wichtig, lauf immer am besten halt so ein bisschen schräg. Wenn dann einer auf dich zukommt. Und jetzt kommen erst mal so fliegende Dinger. Okay. Das heißt, du kannst du getrost abschießen. Da ist kein Ding. Siehst du das jetzt? Klopfen über eurem rum. Hey, hey. Die sehen ja aus wie Pickel am Hintern. Haha, genau. Wenn sie mobil werden. Wenn sie irgendwie bekannt vor. Okay, mir auch. So. Und bitte nicht hinlaufen zum Essen. Und denken, das ist Jelly, was sie da haben. Das ist so. Sie haben Säure, glaube ich. Yay. Versinnst du jetzt. Munition, die aus dem Nichts auftaucht. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Also immer laufen, gell? Soll ich mitkommen? Ja, lauf am besten deine eigenen Routen. Schau halt immer, wo so ein freier Platz ist, dass du im Kreis laufen kannst. Und versuch gar nicht immer, einen einzelnen abzuschießen, sondern versuch die immer so in der Herde zu haben. Ich hab mir einen genommen. Aber nicht zu viel, sonst kannst du nicht mehr so schnell laufen. Ernsthaft. Da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Also hast du schon eine gute Waffe oder nicht? Nö, jetzt nicht mehr. Ja, oben kannst du in der Mystery Box nach wie vor immer holen. Oh, da will ich nicht mehr hin, in die scheiß Mystery Box. Oh, komm schon. Da gibt's gute Waffen. Ich kenn halt die Meppen, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ja, warte, ich komm mal zu dir, dann folge mir. Schau mal, hier bin ich hinter dir. Genau bei der Treppe jetzt, hier hoch. Okay. Was zur Hölle ist Jagannoth? Ich hab sie an wie Stroganoth. Nein, 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 es ist ein Perk, wo du mehr Schläge einstecken kannst. So, jetzt folge mir. Los geht's, runterspringen, hier, komm. Ja. Folge mir. Das ist ein bisschen busy, Madame. Oh, ja. Wir holen uns jetzt Jagannoth. Du, lauf jetzt mal da in dem Freiraum rum, also nicht hier, sondern da, wo das Auto steht, in dem ersten Bereich. Weißt du, wo ich mein? Nö. Lauf einfach so, dass du nicht stirbst. Okay. Okay, warte. Wow, was ist denn das für ein fettes Monster? Ein Kagame, nee, wie heißt denn Kagame? Ey, ihr Arschlöcher, man stirbt ja schon nach drei verfickten Schlägen, ey. Ah, scheiße, Magwa ist das. Ich hab's gesehen, sah aber aus wie der von Doom. Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, dass die jetzt kommen, die Dinger. Beziehungsweise... Komm, stirb. Ja. Nee, ich sterbe nicht. Nee, aber die Schweinen, was da gerade, die rennen gerade alle zu dir und freuen sich. Ich lauf mal, kann behindert, dich treppenhoch. In neuen Stil. Die mögen nicht alle, weil ich so süß bin. Und du musst jetzt immer eine bestimmte Anzahl killen, um in die nächste Runde zu kommen. Einfach alle, die halt in der Runde sind. Es werden halt immer mehr und du musst einfach alle umbringen. Keine Ahnung, wie viele es sind, dann weiß ich nicht genau. Okay, ich dachte, es geht nach Zeit oder sonstigem. Nein. Wir haben alle Zeit der Welt. Das, 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 das. Sehr gut. Und die werden auch immer schneller, gell? Ja. Hast du gesehen? Jetzt hab ich mir das Perk geholt. Schnell. Oh, fuck. Oh, mein. Und ich lauf. Dö, 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 dö. Ha. Wir haben wieder mal verkackt. Acht Runden, doppelte von letztens. Immerhin. Nicht schlecht. Es wird besser. Es wird besser. Ich check's halt langsam auch. Ich muss ja sagen, ich hab Zombie einmal mit dir in Black Ops 2 gespielt. Und jetzt gibt's ja viel mehr Zeugs. Ich glaub, wir sollten mal nächstes Mal ein paar Runden so spielen. So, wir haben's bis Runde 8 geschafft. Wenn's euch gefallen hat, zeigt das mit Hüftchen nach oben. Dann zocken wir nächstes Mal gerne weiter. Vielleicht schaffen wir es noch bis Runde 9 oder 10 oder 11 oder 12. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben, wie ihr gesehen habt. Mein erstes Mal mit der Xbox One und Zombie Modus. Und ich will mich ja nicht rausreden, gell? Aber ein bisschen hast du mich verwirrt. Da muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Aber ich finde, du hast es gut gemacht fürs erste Mal. Da muss ich dir auch ein bisschen Props geben. War gar nicht mal so schlecht. Und ich denke, wir werden das auch schaffen bis mindestens Runde 20. Das ist für dieses Jahr, glaub ich, so unser Ziel, oder? Was ist dein Ziel? 20? 25? Ganz ruhig, Brauner. Hey, das ist realistisch. 25, sagen wir mal 25 für dieses Jahr. Okay, wir versuchen es. Nächstes Jahr werden wir dann, genau, nächstes Jahr werden wir dann so Runde 50, 60, 100, sowas anpalten. Um Himmels Willen. Jedenfalls werden wir auch privat noch jetzt viel zocken, dass es besser wird. Du musst trainieren, Schätzelein, gell? Ja, ich muss echt trainieren. Aber mit der Xbox, nicht mit der Playstation. Genau. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall Daumen nach oben geben. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und vielleicht werden wir dann besser bestehen. Ja, tschüss. Tschüss.